Erzähl, ich versuch das wegzumachen. Ey, was hast du mir gegeben? Ey, sorry, das sieht richtig lüftig aus. Ey, derzähl, ich werd immer komischer. Was ist das für ein Lippenstift? Ja, ich geb dir jetzt kein Abschminktuch. Kannst du vergessen? Alter, das geht nicht weg. Ich weiß, du flattest so. Das ist wasserfester Lippenstift.